Das Atomkraftwerb Philipsburg wird bis auf Weiteres abgeschaltet. Das teilte Bundesumweltminister Trittin heute nach einem Gespräch mit der Betreibergesellschaft Energie Baden-Württemberg mit. Die NBW zog damit Konsequenzen aus einem Störfall im August. Trittin wirft der Gesellschaft vor, die Anlage weiter betrieben zu haben, obwohl die Betriebssicherheit gefährdet gewesen sei. Der Grund für die Abschaltung liegt einige Monate zurück. Im August vergangenen Jahres war im Block 2 in einem von vier Behältern eine zu geringe Konzentration von Bohrsäure festgestellt worden. Diese ist notwendig, um den Primärkreislauf des Reaktors bei Leckvorfällen aufzufüllen. Zwei Tage später stellte die Energie Baden-Württemberg, NBW, als Betreiber den gleichen Mangel in zwei weiteren Behältern fest. Dennoch wurde die Anlage nicht vom Netz genommen. Nach den Aussagen der NBW bestand zu keiner Zeit ein Sicherheitsrisiko. Ich glaube, es gab zu keinem Zeitpunkt die ernsthafte Behauptung, es hätte ein Sicherheitsrisiko gegeben. Was es gibt, ist eine unterschiedliche Einschätzung der Bewertung des Vorkommnisses nach den Normen, die es da gibt. Da gibt es bestimmte Stufen, nach denen eingestuft wird. Der Betreiber muss selbst einstufen. Das wird dann gegengecheckt durch eine Behörde. In dem Fall wurde auch dieses ausdrücklich bestätigt. Insofern fanden wir uns bis vor wenigen Tagen in vollem Einklang auch mit den Behörden. Im Bundesumweltministerium sieht man dies völlig anders. Es sei eine ganze Zeit lang nicht sichergestellt gewesen, dass der Reaktor bei einem Störfall hätte beherrscht werden können. Die NBW habe den Vorfall falsch eingeschätzt. Jürgen Trittin warnte heute vor einer Wiederholung solcher Fehler. Das Bundesumweltministerium und die zuständige Atomaufsicht des Landes Baden-Württemberg haben dem Betreiber deswegen unmissverständlich erklärt, dass sie dies als eine Gefährdungssituation ansehen, die so lange fortbesteht, bis die Ursachen des Fehlverhaltens des Betriebspersonals sowie der sonstigen Verantwortlichen geklärt, Maßnahmen getroffen sind, die zukünftig ein solches Fehlverhalten ausschließen. Mit dem Herunterfahren von Block 2 kam die NBW letztendlich eine Abschaltung des Kernkraftwerks Philipsburg durch den Bundesumweltminister zuvor. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 8. Oktober. Im Osten und Süden Europas scheint dank Hochdruckeinfluss meist die Sonne. Tief Emil über Irland erweist sich da als rechter Störenfried und beschert uns auch in der neuen Woche wieder Regenwolken. Den meisten Regen lassen diese Wolken allerdings im Westen Deutschlands. Und dort tauchen etwa ab der zweiten Nachthälfte wieder neue Wolken auf, aus denen es von der Nordsee bis zum Saarland regnet. Weiter östlich beginnt der Tag wieder neblig, dann kommt die Sonne hervor. Die Wolken breiten sich später weiter nach Osten aus, zerfasern dabei aber und es bleibt meist trocken. Schwacher bis mäßiger im Westen auch frischer Wind um Süd. Die Nachttemperaturen reichen von 6 Grad an der Donau bis 13 Grad im Nordwesten. Im Südosten morgen bis 23 Grad, sonst 17 bis 21, an der Küste 16 Grad. Am Dienstag wieder eine Mischung aus Nebel, Sonne und Wolken, Regenschauer vor allem im Westen. Ab Mittwoch wird es immer freundlicher. Zum Teil zwar zähe Nebelfelder, aber dann scheint häufig die Sonne.